ja leute ich bin es wieder markus verlangen gmdv wir spielen heute wieder um total 2 und letzte folge haben wir ja was haben wir denn gemacht da haben die gelacht hier wieder klientelkönig tun wahrscheinlich weil ich mich recht erinnere weiß es aber nicht mehr ganz genau die für immer weiter gegen die bastanen und wir wollten charaks angreifen nachdem wir angreifen die kimbera vernichtet haben dann haben wir schon die kimbera besiegt und habe ich schon 10 gesetzt ganz genau wir wollten dass dieser hier gestärkt wird ich glaube ich scheiß auf die das hier auf diesen viel darum werde ich die jetzt einfach machen diesen stark genug finde ich nach einer schlacht bereit ich würde dass sie noch die angreifen werden die das da angreifen werden denke ich jetzt mal wenn wir die hier eigentlich noch haben dann werden sie sich nicht dessen greifen das ist öfters so dann läuft es oh der kann aufsteigen und das hier ist immer schön so wir haben 133 wenn es eine haben wir 134 bau noch sie provitzen äh Silungen äh Silungen äh Silungen egal Silungen, genau, Silungen ist ja das ganze jetzt haben wir eine Provinz oder noch zwei über Silungen unsere Krieger dürsten nach eurem Blut und äh Silungen wann wird ich schreibe mich an ja gut Hier steht tatenlos rum, während sich diese Zecken immer weiter... Ich will Gott krick. Ja, was gibt's zu sagen? Das hier statt Gutauswahl. Ihr Hunger nach einer Schlappe sofort! Bereit zu kassen! Wir werden diese Siedlung im Namen von uns einnehmen! Oh, dann haben wir schon mal die hier besiegt. Die Kamera. Ich hab halt hier Schrift angenommen. Sehr schön. Ja, da da... Nahrung oder Handel? Ja, wir haben das hier. Ja, wenn wir das machen, dann machen wir mal das hier und dann machen wir mal das hier. Kann man das? Ganz genau. Hätte ich doch vielleicht den Geeklen, hm? Ja, gut. Halt euch Männer! Okay, was haben wir denn da, Shades? Da haben wir alles, da haben wir nicht alles. Ja. Na, das hier. Minusunterhalt ist immer schön. Glatte... Ja, mich kann jeder mögen, glaub ich. Ich mag jeder. Hm. Ich mag jeder. Ich mag keiner. Ich hab diesen Scheiß, äh... Expansionspolitik. Also, das ist wirklich, äh... Nämlich schissen. Genau, das mag mich noch einigermaßen. Im Namen unserer Freundschaft, die auch eine Freundschaft... Ich kann diesen Bedingungen zustimmen, in der Gewissheit... Plus neun. Minusunterhalt. Minusunterhalt. Alter... Ist schon, äh... Ja... Ich hab hier 144 jetzt. Wann wird los? Ah. Da ist noch einer. Ah da. Aligo. Okay, die. Klein. Moral. Ja. Jo. Mal weiter. Ich greif' mir die Glatte an. Wie schön wär. Ich greif' mir die Glatte an. Was machen die denn denn hin? Sind jetzt in mein Gebet reingedrungen, oder? Wann los? Ja. Ne, aber wir, die sind... In Galatias Gebiet eingedrungen. Das galatische Gebiet. Ein Hitler Tod. Was? Okay. Zu euren Diensten. Okay. Zu euren Diensten. Aha. Aha. Alle hier Eigenschaften, die ja... ... erhalten so. Von 8. ... Ja, gut. Ich gucke dir noch einen, der hier verbessert werden will. Na, bien. der ist auch ein just kapitel voll wenige ja karaks ja ja es wird noch mal in der hause gefasst ja, bitte, das ist der nächste natürlich dann ist das gut mir Ich erwarte eure Befehle. Das Leben eines Soldaten, es ist ein gutes Leben. Warum? Oh ne, doch. Warum braucht gute Kämpfe? Kamera. Also ich dachte, die gibt nicht, weil ich jetzt sowas habe. Da ist so, das habe ich nicht gesehen, das ist so rote, oder? Na gut. Das Problem ist halt, dass die halt nur noch... Da haben die da, Shades. Die haben da... Oh, mehrere Armeen. Okay. Kommandant! Okay. Okay. Okay, das werden sie verlieren. Sehr schön. Es läuft doch. Erstes Mal, weil ich will jetzt auch mal langsam fertig werden, weil das ist ja schlimm. Langsam mal fertig werden, ja. Wir haben einfach zu viele Bauern da. Ja. Ah, langweil mich das jetzt schon wieder. Ah, langweil mich das jetzt schon wieder. Ja, die können... Ja, wir haben einfach zu viele Bauern, wenn wir jetzt irgendwie das wieder... ... 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 zu tun und jetzt ist es ein wichser nach einer schlacht in bewegung ich erwarte eure befehle zu einem sofort vorräte werden gesammelt wir hungern nach einer schlacht es wird marschiert wir sollen die füße bluten oh man nee zu euren dienst sie werden niederkommen vor der macht oh wieso weshalb warum das gibt es nicht das gibt es nicht wie langweil ist schon ne die langweil ne kann ich irgendwo spion ja zu euren diensten zu euren diensten die 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 fluchen die 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 richtige man verpisst euch endlich schnell und lautlos wie einschaffen boy langweil dir ich hasse es level 0 oder so wahrscheinlich level 25 millionen ja klar sicherlich ich ich hasse die ich hasse es zum kotzen zum kotzen ist es das nervt mich das langweilte ohne witz bei jeder scheiße alter da spiole 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 unsere vorfahren haben keine verwendung für gold doch sie wissen dass ihre lebende macht Mögen Athene und eure Vorfahren euch in der Sache Waisenrat erteilen. Sie werden euch sicher... Oh Leute, Leute. Nice. Alter, ist das nice. Leute. Wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Bepisst euch, ey. Ganz sicher nicht, Alter. Ohne Witz. Scheiß könnte ja... Ihr wichsen mit den fucking Spionen, Alter. Jetzt fliegt es wieder, ne? Ja, jetzt fliegt es wieder. Spass. Ne, ich hasse... Sorry, Leute, aber... Ich hasse Spione. Ich könnte jetzt mal fertig werden. Ja. Piss dich. Ich kann trotzdem angreifen, du Spasti. Machisch. Scheiß. Mein Aufgeschosene. Puhherto. Können Die